Ich stelle euch heute hier als Rockstar Energy Drink Sammlung vor. Ihr bekommt euch mal seine wichtigste Dose von Monster, Rockstar und Relentless. Dann fangen wir an. Also die erste Dose ist Rockstar Juiced. Die schmeckt nach Orange, bitter, aber auch ziemlich süß. Dann kommt Rockstar Recovery. Die schmeckt nach Zitrone, wie normale Zitronen-Sprut, die man auch sonst kaufen kann, plus mit Taurin. Dann kommt Rockstar Punch Energy plus Guava. Sein ist aber noch nicht getrunken, aber richtig schlecht. Dann kommt Rockstar Punch Energy plus Apple. Ich mache sie recht gern, aber die auch nette. Dann könnt ihr hier noch die drei verschiedene Rockstar Cola sehr. Die neue, die alte und die seltene aus den Niederlanden mit Riffelblech-Optik. Dann Rockstar Original, die alte Dose. Dann Rockstar Original, die neue Dose, mit zwei verschiedenen Deckel, Gold und Schwarz. Und dann Rockstar Original, die limitierte Dose, mit dem Snowboarder. Dann die drei bei uns erhältlichen Relentless Sorter, Big Shock und Flying Horse. Und das war's von hier. Das war's von hier. Rockstar Sammlung. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Tschüss.